Der geheimnisvolle Blick der Mädchen mit dem Perlenohrring. Dieses Porträt, oft als Mona Lisa des Nordens bezeichnet, zieht mit seinem geheimnisvollen Blick jeden in seinen Bann. Trotz seiner Einfachheit gab es viele Theorien darüber, wer das Mädchen war und welche Beziehung sie zu Wermer hatte. Das Kunstwerk hat Künstler, Filmemacher und Schriftsteller gleichermaßen inspiriert und bleibt eins der meist diskutierten Gemälde in der Kunstgeschichte.